Moin Leute und was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Lasst ein Like und ein Abo da und folgt mir auf Instagram. NJGamer3Hmall Und dieses Video wird eines meiner krassesten Videos. Es hat mich viel überwinden. Überwinden gekostet. Kappa. Ich freue mich auch schon auf dieses Video. Ich hoffe ihr nehmt es gut an. Ich zeige mich nämlich. Also ich nehme meine Identität ab. Ich nehme meine Sonnenbrille ab. Ich zeige mich. Ich leekomme mein Gesicht. Ihr werdet mich sehen. Auch auf Instagram ein Foto posten, wo ich mich zeige. Und ein Live-Player und eine Story machen. Und ja. Ich hoffe ihr nehmt es gut an. Schreibt es mir in die Kommentare wie ihr es findet. Und ihr werdet dieses Video nämlich am 1.1.2021. Krass einfach schon 2021. Ich hoffe ihr seid gut ins neue Video gekommen. Und habt es schön gefeiert mit eurer Familie. Ich wünsche mir, dass ich hier noch Sterne habe. Ich habe es noch nicht abgehängt. An der Kalender habe ich auch noch nicht weggeräumt. Ist aber egal. Und heute nehme ich wieder mit meinem neuen Ringlicht auf. Ich hoffe es ist gut. Ich wollte mich bedanken für den Support im letzten Jahr. Also die ganzen gut aufgerufenen Videos. Die Unboxings. Die Bewertungsvideos. Die Meinungsvideos. Die besten Videos. Alles. Also es ist einfach cool gewesen letztes Jahr. Ich habe vor 4 Monaten angefangen. 113 Abonnenten gesammelt. Einfach krass. Und jetzt lege ich mein Gesicht. Ihr seht mich noch nicht. Und. Pschschsch. Hier bin ich. So sehe ich aus. Ja. Seiten auf jeden Fall auf 100 Millimeter. Und ich finde dieses Stativ. Das nimmt so viel mit auf. Das nimmt das Ganze. Der ganze Hintergrund auf. Also ich kaufe mir wahrscheinlich auch bei so einem Blitz. Für den Hintergrund. Schreibt gerne in den Kommentaren wie ihr ihn findet. Ich zeige ihn euch kurz in der Kamera. So. Ja. Und. Ich hoffe. Ihr nehmt es nicht übel. Bitte. Schreibt kein Hate. Ich schreibe mich auch den Pedopoly übrigens an. Und. Man sieht ja den Sternhübel auch ein bisschen. Man sieht ihn halt nicht so krass wegen. Helligkeit. Jetzt. Also. Am Thumbnail habt ihr mich ja auch nur verpixelt. Äh. Ja. Ich bin aufgeregt. Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Aber. Ja. Lasst ein Like da. Ich hoffe ihr nehmt es mit Respekt. Ähm. Es. Ja. Ich zeige mich. Das Neujahrs-Möschel. Es. Wird krass. Es ist krass. Nee. Diesmal haben wir durchkasselt mit Videos. Und ja. Das war aber auch vom Video. Lasst ein Like und auch wieder. Und. Ciao.